Ich heiße Roman Getz, bin Produktionsleiter bei Vesselt Hydraulik in Wilhelmshaven. Wir sind Hersteller und Entwickler von hydraulischen Ventilen für die mobile und stationäre Anwendung. Wir haben einen Partner gesucht, der uns die Möglichkeit der Fünfach-Simultanbearbeitung ermöglicht und auch einen hohen Automatisierungsgrad bieten kann. Mein Name ist Uwe Dirks, ich bin hier zuständig für die Abteilung Bearbeitungszentren. Also wir haben in 2020 angefangen, ein neues Maschinenkonzept uns zu überlegen. Und von Anfang an war auch die Firma Grob mit im Haus, auch andere Hersteller. Die Planung ging dann ungefähr anderthalb bis zwei Jahre bis zur Umsetzung. Wir haben uns letztendlich für die Firma Grob entschieden mit den drei Maschinen G550 und einer Palettenautomatisierung und zusätzlich einer Roboterautomatisierung mit der GRC-Zelle. Also die Zusammenarbeit, muss ich sagen, war hervorragend. Wir haben bei der ganzen Projektierung sehr viele neue Ideen zwischendurch gehabt, die von Grob immer sehr gut und sehr schnell umgesetzt wurden. Also da kann ich nur sagen, bis heute eine super Zusammenarbeit. Mein Name ist Ralf Brückle, ich arbeite bei der Firma Grob in Mindelheim und bin in der Projektierung Teamleiter. Wir haben mit der Firma Wessel zusammen ein Projekt ausgearbeitet. Es ging bei dem Projekt um die Fertigung von Einzelteilen und Serienfertigung. Dazu sind wir von der Lösung her so vorgegangen, dass wir eine Palettenautomation mit Robotautomation gemeinsam verbunden und gelöst haben. Wir haben in Summe drei Bearbeitungszentren, Fünffachsbearbeitung mit Pyramidenspannverrichtung und so konnten wir es erreichen, die beste Auslastung in der Produktion zu erreichen.